Wie gelangt die Glasfaserleitung ins Haus? Beginnen wir beim Hauptverteiler. Dieser befindet sich direkt am Firmensitz der Licht- und Kraftwerke Glattfelden. Vom Hauptverteiler verzweigt sich ein bestehendes System von Kunststoffrohren über mehrere Anschlussschächte durch alle Straßen. Die Leitungen können daher neu eingeblasen werden, ganz ohne Baustelle und offene Gräben. Doch wie kommt die Glasfaserleitung ins Haus? Zunächst werden wir mit den Hauseigentümern abstimmen, wo genau im Haus die Glasfaser am besten ankommen soll und wo der Hausanschlusskasten, auch BEP genannt, platziert wird. Alle Absprachen werden dokumentiert und zusammen mit dem Erschließungsvertrag dem Eigentümer übergeben. Nach Unterzeichnung des Vertrages wird der Anschlussbericht an die Firma Isen weitergeleitet, die dann die Verlegung der Hausanschlüsse übernimmt. Für die Verlegung der Leitung am Objekt ist in den meisten Fällen keine Baustelle notwendig, da wir die bereits vorhandenen Rohre nutzen können. Vom Anschlussschacht werden nun gleich mehrere Glasfasern in das Rohr eingeblasen. Dies wird aus dem Grund gemacht, da es mehrere Abnehmer, zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern, geben kann und eine Reserve für die Ausfallsicherheit existieren sollte. Am Hausanschlusskasten werden die neuen Netzkabel der LKW mit der Inhouse-Verkabelung verbunden. Bis zu diesem Punkt ist die Verkabelung des neuen Glasfasernetzes für alle Eigentümer kostenlos. Den Abschluss der Inhouse-Verkabelung bildet die Glasfaserdose, auch Otto-Dose genannt. An dieser wird dann das Modem für Ihr Highspeed-Internet angeschlossen. So ergibt sich ein vollkommen eigenständiges Leitungsnetz. Die alten Kupferleitungen bleiben parallel bestehen. Zum Abschluss erfolgt die Signalprüfung, welche zu folgendem Ergebnis führt. Dieses Objekt ist ab sofort mit einem modernen Glasfasernetz ausgerüstet.